Haben auch Sie sich schon, wie viele andere Deutsche, gefragt, ob es einen lohneren Ausweg als die Kündigung Ihrer unrentablen Renten- oder Lebensversicherungen gibt? Mein Name ist Marie und zusammen mit HelpCheck möchte ich Ihnen zwei deutlich vorteilhaftere Möglichkeiten vorstellen, die in diesem Zusammenhang interessant für Sie sein könnten. Viele Jahre lang galt die kapitalgebundene Lebensversicherung als Altersvorsorge Nummer 1 in Deutschland. Angesichts der inzwischen niedrigen Zinsen und immer weiter steigenden Gebühren überlegen viele Kunden jedoch, Ihre Lebensversicherung zu kündigen oder haben dies bereits getan. Lösen Sie Ihre Renten- oder Lebensversicherung jedoch regulär auf, verschenken Sie oftmals nur Geld. Denn mit einer Kündigung beenden Sie Ihren Versicherungsvertrag zu den vom Versicherer festgelegten Konditionen. Der Versicherer zahlt Ihnen daher lediglich den sogenannten Rückkaufswert aus. Dabei handelt es sich um die Summe Ihrer Beiträge zuzüglich der Erträge und abzüglich der Kosten. Zudem darf die Versicherungsgesellschaft einen Stornoabzug vornehmen. Sie sehen, eine Kündigung kann Ihnen in vielen Fällen der denkbar ungünstigste Weg aus Ihrem Vertrag sein. An dieser Stelle kommen Ihnen gegebenenfalls die zwei besagten Alternativen zugute. Der Widerruf oder der Verkauf Ihres Vertrages. Doch was genau würde ein Widerruf Ihres Vertrages für Sie bedeuten? Zahlreiche Renten- und Lebensversicherungen, die zwischen Mitte 1994 bis Ende 2007 abgeschlossen wurden und bei denen Versicherer eine unwirksame Widerrufsbelehrung in der Police verwendet haben, können noch heute widerrufen werden. Für Sie als Kunde kann das einen großen Vorteil haben. Der Versicherer darf Ihnen bei einem erfolgreichen Widerruf nahezu keine Kosten abziehen, muss Ihnen aber die volle Rendite auszahlen. So stehen Ihnen oftmals bis zu 150 Prozent Ihrer eingezahlten Beiträge zu. Sofern ein Widerruf für Sie nicht in Frage kommt, haben Sie in vielen Fällen die Option, Ihren Vertrag zu verkaufen. Das bedeutet für Sie, Sie sind Ihren unerwünschten Vertrag zügig los und erhalten einen Kaufpreis, der den Rückkaufswert des Versicherers deutlich übersteigt. Sie haben Ihren Vertrag bereits in der Vergangenheit gekündigt? Das ist generell kein Problem, denn die beiden genannten Alternativen sind selbst bei bereits ausgelaufenen und gekündigten Verträgen möglich. Lassen Sie Ihren Vertrag daher am besten noch heute, kostenlos und unverbindlich auf www.helpcheck.de prüfen. HelpCheck informiert Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten.